Urner-Unterschwung Urner-Unterschwung kann mit beiden Griffen ausgeführt werden. Im Kammgriff fährt man mit der Fahne im Uhrzeigersinn zuerst nach hinten auf Wadenhöhe unter das linke Bein. Zwischen den Beinen wird mit einem ausgedrehten Kammgriff ein Welle, also ein Bogen, vor dem Körper geschwungen. Dann wird die Fahne waagerecht unter dem rechten Bein herausgezogen.